oh scheiße was feuer ich bin hier runtergefallen aber feuer unter mir dann hör doch auf zu brennen ja das schlag mich doch aus fände ich eigentlich cool wenn das geben würde so so ein klatschen dann ist er halt aus dann tritt es noch weiter darauf ein oh guck mal hier was ist das denn ach so das ist nur so eine änderpflanze was haben wir denn hier ich meine so gänge sind ja eigentlich ganz gut zu meinen ja so was haben wir hier hier ist nur nether quartz gold ich nehme gold einfach schon mal mit hat braucht man bestimmt die gold also das hier war jetzt gold was sind die warum ach ich bin über so ein ding so was habe ich denn überhaupt an lapis wo ist denn das nether pick ohr hingegangen bled hier ist arz und mithril aber sehr gut hier ist blei nether iron ohr habe ich hast du noch eine pickaxe für dich noch eine normale gar keine mehr leider ich habe auch nix wo man eine bauen könnte gerade draus guck mal hier ist eine schöne aussicht auf die schiffe ich weiß gar nicht wo du bist gerade ich bin einfach weitergelaufen ach so was ist das hier ah guck mal netherstone redstone ohr auch darauf achten brauchen wir nämlich das ist nicht schön hier im balkon so ja hier im balkon ne wo ist denn unsere base eigentlich von hier aus ach da unten ne ist schon weit einfach nach links jetzt also quasi hier so durch ich baue uns einfach mal hier durch und guck mal wo wir hier ankommen ich würde auch immer noch sehr gerne an mein grab in der lava ja ich auch aber aber wir brauchen dafür auch gravel halt ne haben wir auch noch nicht keinen gefunden mehr so ich baue mich gerade mal hier durch so ich weiß nun hat nur keine ahnung wo wir jetzt hier sind bist du irgendwo in der nähe noch hier oder ja ich bin eigentlich auf dem weg zurück ja so ein scheiß schädel schon wieder ja bringen direkt ein paar mehr mit wenn jetzt eben paar holt oder so dann bringen alle mit die wir haben einfach schon was mitnehmen ich komme ich guck gerade ob ob ich jeden kürzeren weg zu uns finde weißt du laufe ich erst mal den normalen weg wir sehen uns ja 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 wir sehen uns ja 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 aber auch ich habe ne 3 war singer das war nicht ganz gut ich jetzt hier lange doch da doch jetzt jetzt ist die hölle entflammt jetzt brennt hier alles alles und explodiert alles ja alles wo man sich alles war feuer löschen hier krass dadurch so nett mit ihr schnitt ne das so ab geht oh scheiße oh nein ich kann nicht zur base nein warum nicht auf unserer brücke zur base steht so ein riesiger teufel ja ja weißt du gerade weißt du noch wo ich mich in die wand gegraben habe gerade ne zurück ein bisschen äh halt ja warte mal oh gott ich bin jetzt quasi gerade links neben der base ich bin jetzt auf der map rechts daneben ja bin jetzt in dem kleinen bunker neben der brücke ja kannst du kannst dich nicht einfach von oben da rein bauen zu uns in die oh gott ins haus oder so ne pff ne ich komme auch nicht über die brücke wegen dem fieder ja obwohl ich kann die ganze ach hier sind auch kisten drin also ich lege erstmal alles was ich hab hier in die kisten bis auf ein schwert ach so davor auf dieser vorgelagerten insel bist du okay alles klar ja genau ich versuche gerade den weg hier zu uns nach hause zu finden sooo aber die gravität hält gut lange also ich muss die jetzt leider benutzen hier weißt du auf welcher höhe ungefähr unser haus ist ja ungefähr auf wo ist das mit f3 ne f1 f3 ja oder auf der map wenn du einen waypoint hast sag mal was ich bin jetzt auf der höhe 40 40 okay dann muss ich jetzt erstmal ganz krass runter hier plus minus ja gut ich bin ich bin halt bei 70 ne also ja das ist zu hoch ja ich baue direkt so ein treppenhaus damit wir den weg hier wieder gehen können dann müssen wir nicht so immer den nervi weg gehen da hast du gehört 70 ist zu hoch ja hatte ich am rande mitbekommen ja ist ja gut dann jaaa ja soll man mal eine agro dischen machen thomas dafür bin ich nicht agro genug ja ich bin ja so ein friedliebender mensch ja aber das ist doch egal ja ach halbseidene agro dischen thomas halbseidene ich bin jetzt auf 55 teufelsficker hier an wo ist er denn wo ist er denn jetzt willst du ihn kaputthauen aus ja muss ich ja der belagert ja unsere brücke unsere brücke und unsere base auch ist er denn hier auch wirklich oh brennt denn hier schon wieder alles oh da ist die base ich bin auf einer falschen auf einer falschen ich bin woanders ich hab den ja ich hab den player death waypoint genommen nein ja ich komm ich komm ich komm aber der player death waypoint ist doch hier also zumindest mein ja meiner ist ein meiner ist ein bisschen weiter weg so kannst du mich auf der map sehen ne ne guck mal so hier bin ich ich muss da richtung base und dann ein bisschen runter ich mach erstmal das hier zu damit hier keine mit mir stehen stehen ok der Typ ist weg irgendwie ja dann hol ich dir doch mal wieder die Sachen ich hab manchmal das Gefühl wenn man von einem gekillt wird dann despawnt der danach oder so ja ich wurde gar nicht gekillt ich glaub der ist einfach irgendwie in die Lava gesprungen oder so und läuft jetzt unten auf dem Lavasee rum ok hier sind irgendwie zwischendurch immer so Höhlen drin so komische ey ich bin mir sicher da ich da noch nicht war gerade so mal gucken wo ich jetzt hier rauskomme hier ist wieder Lava ey ist so klar weiße dann gehen wir halt hier lang so hier keine Lava mehr hol ich mal wieder meine Sachen von drüben aus dem aus dem safe Bunker das ist normal bist du da in dem Bunker gestorben? ne ich hab mir hier nur einen gebaut um meine Sachen rein zu legen ach so ja und äh damit ich diesen diesen Teufel angehen kann ne ja den horny aber der war ja schon wieder weg Teichling so hier kennzeichne ich mir dann mal so ein bisschen hier so wo bin ich denn jetzt hier? aber langsam haben wir auch wieder Erze und so das heißt wir fassen langsam Fuß hier im Neverted ja so langsam geht's aufi so da ist unsere Base ok da muss ich quasi hier runter irgendwo dann müsste das eigentlich passen ach ich komm von hier ok ich hab gleich einen Weg dann können wir da von da aus dann weiter erkunden Thomas ein sicherer Weg wo nix spawnt ein todsicherer Weg bleib mal kurz bitte stehen über der Base ungefähr ja? ja ich bin genau hier schon gut vergiss ich seh das schon hier ach man ich komm hier einfach nicht rüber ist doch nervig scheiß Kohle weg hier so ich bin gleich ich bin gleich wieder zu Hause oh Gott ich muss hier weg irgendwas explodiert jetzt hier bestimmt ah ok irgendwas explodiert jetzt hier nochmal bam hat es nochmal gezischt? ja hörst du das Ted? ne es explodiert nix mehr glaub ich ich glaub ich hab's überstehlt ja hör ich dann spring jetzt mal hier rüber hörst du den Alarm? jaaa warum machst du das? ich wollte wissen ob du in der Nähe bist ja bin ich ja dann musst du was doch hören ja ja dann hab ich doch mal alter so äh ich baue uns ich bin grad noch das Treppenhaus hier im Baum wo war das ist ein bisschen komplizierter der Weg aber auch mal so ein Treppenhaus äh plan und so zum Wischen ja und ein Fluchtplan auch ja falls es mal brennt in der Base oder so bitte? eben keiner nimmt sonst diese Höllenbasis hier ab so hier guck mal pass mal auf also äh ich ich muss mich mal eben noch hier durch ich komm mal eben nach unten geschrubbt hier äh hier geht's hoch wo bist du denn? ja warte hier ich hör dich schon pok pok ja ich bin ich hab durchgeschlagen gerade da bist du hallo ich muss mal eben hier irgendwie so eine Treppe reinbauen kurz so vormschön in der Mitte des Raums genau so mitten vor den Kisten und so auch ja ist halt jetzt ist halt schlecht gerade ja so erstmal das alles weg hier oh Thomas was denn? die Wände ringsherum sind schon wieder offen ja so machen wir mal schön zu wieder hier so pass mal auf dann folge mir mal hast du Peak Access eingepackt? hmmm nein nein ich muss noch welche bauen ich pack auch erstmal die ganzen Nether-Dinger hier rein wir haben auch bald ja doch Sticks haben wir noch ein bisschen ja Zanit hatten wir auch noch irgendwo ne ja ich hab grad ich hab jetzt ein 37 rausgenommen aus irgendeinem ah ok sehr gut machen wir jetzt noch ein paar Pick Accesss weil ich wollte jetzt nicht durchbraten die gute Gravität weißt du ah uhr nein was hast du da getrunken? äh nix das klang köstlich ja es war auch oh ne war Cola also ne so pass auf wo ist denn hier Ditte so Ditte? Ditte hör auf damit du machst das doch immer ich mach immer so das da rein das da rein wie viele Pickaxes willst du denn? ich hab jetzt hier ja gib 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 oh man was denn ach Thomas jetzt haben wir eine mehr so hier hier wie kann ich den rausschmeißen? ich kann den irgendwie mit Shift oder so rausschmeißen oder nicht? ne also einfach ja Shift und dann auf das Item gehen und Q drücken dann wirfst du eigentlich alle hin oh es ist Steuerung und Q gibt ja auch eins anscheinend ja 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 dann schmeißt du aber alle raus ja alle ja eins ja dann ja eins geht nicht oh ist noch nicht so ganz durchdacht einfach nur Q ja dann wirfst du eins raus genau ja ist doch klar wenn Shift Q alle ist ja dann sag mir das doch ja kommste wo bist du denn jetzt? ja ich bin doch hier die rote Leiter hoch hier ist aber ne scheiß ja ist egal komm jetzt hier pass auf guck mal dann geh ich hier rauf ne hier guck mal dann geh ich hier lang ja hier im Kreisel nach oben ja hier dann quasi links ne ja ist ganz einfach der Weg ja guck mal dann geh jetzt hier durch und ab hier wird es dann noch einfacher weil hier musst du nur hier quasi lang ne dann hier oben in das Loch rein weil dich so voll schlecht treffe gerade ja das ist gut dann gehst du dann hoch und dann ach ne hier wieder hoch hier wieder hoch genau und hier war ich vorher rechts da war aber falsch äh ach warte mal hier fehlt noch ein Stein äh hier nach links vielleicht? ne warte ja hier oben nach links hier quasi ne dann geht es hier wieder links ja ja hier musst du drüber springen nochmal dann hier also jetzt ab jetzt geht es gerade aus halt ne guck mal geht es hier lang und dann guck mal siehst du von hier aus rechts die Säulen da die ich gebaut habe ja die Zweier und die Einer da geht es auch wieder rein ah das ja oh Gott rare withering pig zombie the swift one hau den jetzt bloß nicht oh Gott der hat auf mich geworfen Thomas sicher? ja komm einfach hier durch oh Gott ich komm hier nicht durch hä? ich kann hier nicht rein ich kann hier nicht rein gerade ja auch nicht doch jetzt geht ich kann hier hä? ich kann hier nicht rein denn ich sterbe warum das denn? nein durch Gift kannst du nicht sterben du vergiftet ich komm hier nicht durch durch Gift kann ich nicht sterben ich komm hier nicht durch ich kann hier nicht langlaufen was ist das denn für eine Scheiße und der und jetzt hat der Ficker mich kaputt geschlagen ey ah ah alter was für ein ah ja jetzt kommt auch noch ein Gast ja das Spielchen kennen wir ja schon ich würd mal sagen in der nächsten Folge widme ich in meinem Grab haut rein Leute tschau ah tschüss das Spielchen